Warum? Weil ich es noch nie gespielt habe und ich Bock drauf habe. Das ist extra. Interessant. Ich dachte, das ist ein Spiel und das ist einfach ein Add-on obendrauf. Das heißt, ich spiele zuerst das und dann das? Probably. Ich sehe aus, du das. Ich bin immer sad. Ich bin immer sad, wenn ich irgendwas anwähle mit Mario und nicht so der Bestätigungssound einfach JAHOO ist. Ich weiß auch nicht warum. Wähle einen Controller aus. Könnte ich irgendwie meinen Char wechseln später? Ich weiß, wir werden es auswenden. Ach süß, ich habe vergessen die Dingsbruch zu stellen. Obwohl, nee, ist nicht schlimm. Denn das erste Mal seit Jahrhunderten, nee, seit Jahrzehnten, dass Mario actually mal klemmt hat. Ich gehe los. Schubelabra. 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 Mario wird als erster die Aussicht genießen. Ja, natürlich, ich versuche ganz, ganz krampfhaft nach rechts und links zu gucken, ist klar. Joho. Joho. Springen. Cool, ich kann springen. Online, lokal, verbinden und spielen, was? Oh, die haben das um lokal erweitert. Interessant. Ich will keinen Raum erstellen. Fortsetzen, Speicherdaten, Controller. Nein. Ich möchte eigentlich, was, was? Okay. Ich weiß, wir gehen hier rein. Ich weiß auch immer, drei Sterne sind. So, bleiben wir uns erst noch, Mario. Let's go. Ja, ich mag den Soundtrack. Was kann ich denn? Ich kann sprinten. Oh, dude. Ich habe sogar mehrere Gänge, die ich durchschalten kann. Dang. Drei Gang. Drei Gang Getriebe. Mieeeow. Mieeeow. Okay. Was ist hier drin? Nix. Okay. Das sieht aus wie, ich müsste drauf ground pounden. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr Spiele habt und ihr habt keine Ahnung von den Controls und das funktioniert einfach? Das ist so, hey, guck mal, ich will einen ground pounden. Der ist bestimmt irgendwo auf den Schulter tasten. Ich mag sowas. Oh, shit. What? What is this run? Ne, 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 ne. Gibt es aber irgendwie diesen lustigen. Okay, cool. Ich habe meinen Power Up verloren. Nice. Interessant. Was ist das hier? Np, wir kriegen einfach ein neues. Okay, so kann ich hier hochklettern oder was? Okay. Ich muss mich jetzt erstmal an alles gewöhnen. Oh, lass mich raten. Lass die komischen Sterne dich einsammeln so. Und gibt es drei. Shame on verliert den Goomba seinen Power Up. Denn ich weiß, dass dieses Katzen-Ding irgendwie einen Dive-Kick hat. Also so in so einer Attacke. Ich weiß nur nicht, wie. Was ist das für ein Cursor? Hä? Was ist das? Warum kann ich das, hä? Warum kann ich Blumen auf dem Boden malen? Warum ist das? What is happening? Und wie werde ich diesen Cursor wieder los? Okay. Gibt es hier irgendwo Controls? Nein. Hilfe. Okay, let's see. Drücke RB, um den Berührungszeiger zu aktivieren. Neige den Controller, um den Zeiger bei dem Bildchen zu bewegen. Okay. Interessant. Rush Attack ZL und Y. In der Luft Y halten. Okay, wo ist Y? Gut, dass ich eben in einem gut beleuchtet... Ich muss das halten. In der Luft. Ah. Das ist das, was ich gesucht habe. Und wie war das? Rush Attack? ZL. ZL ist hier. Oh. Wie eine echte Katze. Weißt du, die irgendwie so versucht, irgendwas zu kriegen, was unter das Sofa fährt. Äh. Warte. Oh nein, da fällt was unter das Sofa. Dunk. Ja. Total relatable. Ich bin total pro in dem Spiel. Total. Ich weiß, was ich tue. Es gibt keinen Triple Jump mehr. Oh, das ist das. Spicklich Rumba. Nur mit Sprint? Vielleicht gibt es noch den Jump. Okay, es gibt einen Dark Jump, aber der sieht irgendwie konnig aus. Interessant. Okay. Du kriegst aber auch Momentum in dem Spiel. Holy moly. Wie genau funktioniert das? Kann ich an Wände ran? Ah. Okay. Ich fange an zu verstehen. Lass mich raten. Das sind so Dinger, wo ich nie wieder zurückkomme. Jep. Jep. Dann war das mit dir? Achso, ich bin nicht auf der Plattform, um mit dir zu reden, ja? Oh, da ist das Ziel. Oh, da ist das Ziel. Interessant. Ach, damit sieht man auch unsichtbare Sachen. Weil das hier hat man definitiv nicht gesehen. Cool. Gib mir mein Shit. Thanks. Excellent. Wie ist es unter Wasser, Shit? Okay, ich habe noch keine Ahnung. Ganz raus. Was ist das, ja? Ich habe einen Stempel eingesammelt. Wait. Wie kann ich hier wieder raus? Okay, einfach runterhalten. Okay. Springen wir nicht durch die Gegend schreien? Miao? Wait. What is this? Oh, wo? Ich habe ein Leben gefunden. Oh Gott. Ich muss erst mal ein Feeling für die Steuerung kriegen. Jive-Kicking-Goombas. Alles, was ich in meinem jem Leben als haben wollte. Holy Shit, gibt das Momentum. Das ist ja crazy. Ich könnte das ja machen. Okay. Mir fällt immer noch ein Stern. Ne? Ne, ich will da nicht hin. Wo ist mein letzter Stern? Ich bin unfähig, in einem Level, im ersten Level, alle Sterne zu finden? Was bin ich? Fucking Scrap-Gamer? What is this shit? Warum klatschen die? Hier, Bescheid. Welche Kamera? Oh. War das hier unten? Hm. Unter mir ist irgendwas. Wie komme ich da runter? Ah. Vielleicht muss ich hier drinnen irgendwie nach unten halten? Nein. Oh, da ist das wirkt. Geh runter. Oh wait, das ist dreidimensional. Natürlich. Ist das der Intended-Weg? Ne, der Intended-Weg ist die irgendwie kaputt zu machen. Ich weiß nur nicht wie. Okay, ich vermute, die eigentliche Idee ist, dass du hier in die Wand springst, dich runtergleiten lässt, und dann runterspringst. Gehe ich mal von aus. Oh Gott. Ich werde mich an die Steuerung gewöhnen, ich schwöre. Damn, Level up? Alles bekommen? Okay. Keiner not flawless. Alle drei Sterne, alle drei Sterne hier. Cool. Ich habe einen Stempel bekommen. Das ist so weird zu kontrollen. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Kann ich hier Charakter wechseln? Nein, ich muss neu starten und muss dann aus dem Level raus und wieder rein, oder was? Interessant. Hey, Timnata. Ach so, nee. Wait, hey? Es gibt bestimmt einen Trick dazu. Ich habe den nur noch nicht rausgefunden. Weil ich gerne alle Charaktere einfach mal durchprobieren möchte. Soweit ich mich erinnere, spielen die sich alle anders. Okay, da ist A und dann heißt B ist dann unten. Okay. Das heißt, das hier ist B. Okay, let's see, was du kannst. Let's go. Während du das Level startest, B. Ah, nice. Okay, damit kann ich sliden. Und ich kann wie an Sliden nicht attacken. Kann ich hier hochklettern? Ich glaube, hier ist nichts. Okay. Wow, ist dein Jump floaty. Wow, wow, wow. Wow. Ich schaffe das in die Röhre, ich schwöre. ZL. Okay, kann es sein, dass ZL und... Kann es sein, dass die beiden dasselbe machen? Moment. Okay. Nein, gut, die machen dasselbe. Oh Gott, wie werde ich den Cursor jetzt wieder los? Nein, ich habe keine Ahnung. Wir leben jetzt mit dem Cursor. Ähm, du kannst dich doch bestimmt irgendwie aufheben. Aha. Der geht von alleine wieder weg. Nice, danke. Wait, ich kann mit der... Ich habe die Shell. Und ich kann nicht mit der Shell da hochspringen, um den Blockkappel zu machen. Wahrscheinlich muss ich weggucken, weil die Shell zu fett ist. Ja, die Shell-Größe spielt definitiv eine Rolle. Ja, genau das wollte ich. Und natürlich schmeißt du das nach vorne, bist du bekloppt. Was ist das hier? Okay, das ist einfach nur eine Abfluchtzene. Was war das hier? Das Spiel hat so einen typischen Mario-Charme, weil das ist so ein bisschen chaotisch. Okay, wenn du aus der Röhre rauskommst, kannst du nichts tun. Okay. Ich muss mich echt noch an die Steuerung gewöhnen. Wie ist... Oh, warte, ich habe keinen Triple-Jump, aber das geht? Okay. Das geht, aber Triple-Jump geht nicht. Und der alte... Oh, wait. Der alte Duke-Jump geht doch, aber nur wenn du Momentum hast. Oder auch nicht. Doch geht. Okay. Der Input ist ein bisschen merkwürdig. Gott. Memo an mich selbst, nie wieder Luigi nehmen. Das ist... Ich will nicht sagen merkwürdig, aber mehr als merkwürdig. Okay, ich glaube nicht, dass ich hier irgendeinen Stern vergessen habe. Kann ich mir nicht vorstellen. Well, I have one. Okay, da kannst du durchspringen. Hi. Kann ich von hier aus in die Röhre rein? Darum sollte ich Time Plus brauchen. Okay. Was ist das hier? Okay. Oh, okay. Das sind so Challenge-Räume, ich verstehe. I take this. Oh, okay. Die bouncen überall, kreuz und quer. War das da oben? Wie komme ich da überhaupt hoch? Kann ich durch die Röhre hier? Yes. Oh Gott. Ihr seid mini. Wait, das geht durch Röhren? Oh. Oh, ihr geht auch durch Röhren. Oh, ich schwöre, so die ersten paar Minuten im neuen Spiel, wo du irgendwie keine Ahnung von hast. Das sind immer sehr interessant. Oh, okay. Ich schwöre. Goddammit. Luigi, please. Arbeite mit mir hier. Ich habe actually Probleme, meinen Charakter zu kontrollieren. Sagen wir so. Weil es ist alles... Ich will... What? Okay, sure. Das wollte ich nicht. Aber anscheinend, wenn du nur hier hochdrückst... Nee. Achso, wenn du direkt vor die Öffnung springst. Okay, gut. Okay. 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 Close. Haben wir den umgesetzt? Ich bin der Meinung, im Original war der hier hinten in der Röhre. Ich glaube, ich mich zumindest dran zu erinnern. Okay. Du kannst schon mal Shells nicht... Oh Gott. Durch Röhren mitnehmen. What is this? Oh Gott. Ich dachte, ich springe drüber. Okay. Luigi ist... Interessant. Es gibt bestimmt... Level, wo man das braucht. Aber... Holy fuck. Nein. Nee. Ist gut so. Ist... Ist... Nee. Muss ich glaube ich nicht haben. Ey Eva. Könnte ich einfach hier behalten? Nein, kann ich nicht. Verbinden Karte Menü. Okay. Alles satt hier? Willkommen beim Tothaus. Du kannst eine der Schachteln erfüllen. Sicher findest du etwas Nützliches. Die Kleine. Mehr will ich nicht. Geh weg. Okay. What is this? Ich sehe ein neues Game. Ja, ich bin keiner dann mit Strikers. Okay. Okay. Wie besiegt man euch? Okay, man ist einfach eine Katze. Okay. Kann es einfach sein, dass das im Grunde genommen das Super Mario 2 Moves Head ist? Wo Peach ein Float hat. Luigi hat seinen komischen Omega Jump. Äh. Was konnte Toad? Toad war glaube ich einfach noch schneller. Aber wenn das daran angelegt ist. Kann ich dann noch das hier? Kann man. Okay, cool. Interessant. Oh Gott, okay. Ich sehe kein Ziel. Ich sehe einen Stempel. Let's do it. Was auch der andere? Okay. Ich verstehe jetzt so ein bisschen, warum Leute glaube ich anfangs gesagt haben, das Game erinnert so ein bisschen an, äh, Sunshine. Die Steuerung ist sehr ähnlich. Also die ist so ein bisschen. What the fuck am I doing? Okay. Okay, wie funktioniert der Kram hier an der Wand? Okay, ich kann das. Und ich kann ran. Aber wenn ich weg springe, kann ich nicht nochmal ran diven. Außer ich bin dumm. Okay, du hast einen Dive im Sprung. Okay, das ist nichts. Toad ist gefühlt wie Usain Bolt. Okay. Interessant. Ich meine, es ist nicht die, äh. Also es ist nicht die, die, äh. Wie soll ich das erklären? Es ist nicht die Geschwindigkeit, die mich so ein bisschen, ähm, die mich so durcheinander bringt. Es ist einfach, der Char reagiert sehr, sehr direkt auf deine Eingaben. Und das ist halt sowas, was ich nicht wirklich gewöhnt bin. Es kommt langsam. Generell sind alle Charts schneller gemacht worden. Ah. Mäu, Mäu. Mäu. Höh. Okay. Die seh ich schon. Du willst eigentlich immer, so, so, so Cat-Suit fühlt sich so ein bisschen an wie der Tanuki-Suit. So einfach total überlegen. Okay, hier ist nichts drin. Mäu. Oh. Okay, das war, ich meine. Ich dachte, das würde klappen. Wirklich? Du kannst, du hast nicht, okay. Okay, du kannst zwar floaten, aber du kannst nicht da hochspringen. Nope. Aber kannst du Wall Jump into Float? Wait. Gott, mein Hirn. Wall Jump? Kannst du. Okay, gut. Lass mich raten, ob ich drauf springe. I'm actually trying here. Okay. Ist schon ein bisschen peinlich, ne? Also nur so ein bisschen. Kannst du irgendwie die Katzenkostüme von den Clown? Oh Gott, ich bin selten dämlich, ne? Okay. Ich treffe dir nicht. God damn it. Okay, cool. Ich kann einfach das hier machen. Ich bin dumm. Gibt's doch Yoshi? Ich glaub nicht. Warum ist der jetzt explodiert in, in, hä? Ich mein, ich hab da nichts gegen, aber... What? Die Frage ist, warum? 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 What is this shit? What is happening? Okay, ich hab alles gefunden. Ich hab das Gefühl, ich hab das halbe Level geskippt, aber anscheinend hab ich alles. Moshi Moshi. Okay. Warum droppen die jetzt alle, wie beschuldet... Wie beschuldet diese Glocken? Oh wait, die krabbeln... Ja, okay, die krabbeln einfach die Laterne hoch. okay die fressen ein und mein stirbt nicht du meinst die pflanze ich bin die pflanze rumgelaufen ich war hinter der pflanze zwei wege nice hast du dich schon mal versucht mit freunden zu verbinden ich bin einfach eine verbindung mit internet das ist halt weißt du was ich nicht verstehe jetzt mal no joke warum kann dieses spiel multiplayer haben aber mario party nicht okay das ist 1.5 das ist 1.4 wir machen es erstmal 1.4 gucken wie Usain Bolt ist weil einfach was bist du oh gott he is fucking fast was ist hier los ich mit euch reden was mit dir reite auf plessi zum ziel bewege L oh Moment bewege L oder nicht L also R nach oben um zu beschleunigen und nach unten um abzubremsen drücke B um zu springen wenn du gemeinsam mit anderen spielst bringt plessi höher und bewegt sich schneller wenn alle spieler mithelfen oh bitte töte mich oh gott plessi ist driftkönig look at this look at this let me guess nein ich hab den Stern verpasst nee nee so geht das nicht warum ist das so eine verdammte oh gott was ist das äquivalent dazu ähm die die äh die 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 wieso komme ich gerade nicht drauf diese runter fahrdings kirchenlevels in ähm galaxy wo die die lila münzen ein ich weiß nicht ob die Namen hatten schleunigen wir doch mal du sie ist Drift King holy fuck okay ich lerne Eigenarten dieses äh 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 ich hab eine verpasst das heißt ich krieg wahrscheinlich gar nichts tu nissi please ne das brauche ich so wie ich spiele gerade oh gott ich seh schon das wird richtig lustig hier irgendwie oh gott ich hab nicht drauf geachtet haha okay hier irgendwie alle Sterne zu sammeln wird interessant ich hasse es jetzt schon trifft King Nessi trifft King Nessi I mean look at this der wirkt ja selbst in die Schildi neidig oh aber den habe ich schon eingesammelt das heißt ich musste nicht nochmal einsammeln pochchamp okay so kann ich auch bremsen kein da Nessi okay cool gut dass wir darüber geredet haben ich hasse Nessi jetzt schon ich schwöre wenn diese roten Münzen den Stern geben ich fange gern zu schreien gott das ist es ist nicht schwer zu steuern aber da muss ich halt echt dran gewöhnen oh gott äh ich seh den Stern oder auch nicht geh sterben Nessi what the hängt das vom Charakter ab der auf Nessi sitzt wie sich Nessi bewegt oder ist das einfach just Nessi think Nessi I ja genau mhm okay da kommt der Collector in mir raus ich will das ist die erste Welt kann doch nicht sein dass ich in der ersten Welt nicht alle Sterne einsammle what is this shit wobei ich glaube das Spiel hat eh ne ridicule Anzahl an Sternen waren es nicht 800 irgendwas und das nur im Base Game ich weiß nicht mal wie viele im neuen sind